Die Veslantjana, russisch, ist ein linker Nebenfluss der Kama in der russischen Region Pyrm und in der Republik Kölmi. Die Veslantjana entsteht an der Südflanke des nordrussischen Landrückens in der Republik Kölmi. Sie fließt in überwiegend südlicher Richtung durch den äußersten Norden der Region Pyrm und trifft schließlich auf die im Oberlauf nach Osten strömende Kama, einem linken Nebenfluss der Volga. Die Veslantjana hat eine Länge von 266 Kilometer. Sie entwässert ein Areal von 7.490 Quadratkilometern. Die Veslantjana wurde zumindest früher zum Flößen genutzt. Bedeutendster Nebenfluss der Veslantjana ist die Chornaya von rechts.